Musik Guten Tag meine Damen und Herren, und sagen Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Musik Sehr wichtige Botschaften werden im Buch der Offenbarung niedergeschrieben, auch und gerade für uns heute. Ich spreche von den sieben Sendschreiben an die sieben Gemeinden, wie wir sie in den ersten Kapiteln des Buches Offenbarung finden. Wir hatten in der letzten Predigt zwei dieser Sendschreiben behandelt, und wir werden heute in dieser Predigt mit weiteren Sendschreiben fortfahren. Sie werden sich daran erinnern, dass es Gott der Vater war, der diese Botschaft an Jesus Christus weitergab, der sie dann an einen Engel weitergab, der dann dies alles dem Johannes mitteilte, und der schrieb es dann nieder. Und wir lasen bereits, dass es Botschaften waren an den jeweiligen Engel der jeweiligen Gemeinde, und wir hatten gesehen, dass es dies ohne weiteres sich um einen Engel, einen buchstäblichen Engel gehandelt haben kann. Es kann auch ein menschlicher Führer und Leiter der jeweiligen Gemeinde gewesen sein, aber wir hatten auch eine Broschüre erwähnt, Engel, Dämonen und die geistige Welt, die sich sehr um die Engelwelt kümmert, um die Welt der Dämonen kümmert, und natürlich auch um die geistige Welt, und ihnen mitteilt, was alles in der Bibel geschrieben steht, über Engel, Dämonen und natürlich die geistige Welt. Und wir hatten gesehen, dass diese Sendschreiben an sieben buchstäbliche Gemeinden ergangen sind, aber dass es auch um Kirchenperioden ging, mit der Gründung der neutestamentlichen Kirche bis hin zur Wiederkunft Jesu Christi. Sieben Kirchenperioden oder Äras werden beschrieben. Und letztendlich geht es um jeden einzelnen Christen, egal zu welchem Zeitpunkt er lebt, in welcher Kirchenära er leben mag, denn alle diese Botschaften sind wichtig für uns alle. Sie enthalten Ermahnungen, Ermutigungen, aber eben auch Warnungen. Und ich möchte heute nun mit der dritten Botschaft fortfahren. Wir hatten Ephesus und Smyrna behandelt, und die dritte Botschaft ging an Pergamon. Und wie ich sagte, hatten wir dieses in unserer Broschüre, die Mysterien im Buch der Offenbarung, näher niedergelegt. Und ich werde auch hier zunächst einmal wieder davon lesen, aber dann einige weitere Bemerkungen hierzu machen. Die Botschaft an Pergamon findet sich in Offenbarung 2, die Verse 12 bis 17. Und wir sagen Folgendes. Ein großer Altar von Zeus oder Jupiter überschaute Pergamon. Diese Stadt war ebenfalls der Hauptsitz der Herrscheranbetungen. Christen, die sich weigerten, fremde Götter oder Herrscher anzubeten, wurden oft getötet. Auch war Pergamon ein Heilungszentrum in Verbindung mit dem Tempel von Asklepios. Das war der Gott der Medizin, der in Form einer Schlange angebetet wurde. Und natürlich ist die Schlange eine der Bezeichnungen für Satan, wie Sie das zum Beispiel in Offenbarung 12 und Vers 9 lesen können. Christus schallt die Gemeinde von Pergamon dafür, dass sie die Lehren des Biliam beibehielt. Und diese Lehren des Biliam werden zum Beispiel auch in Judas, die Verse 10 bis 14, erwähnt. Und in 2. Petrus, Kapitel 2 und Vers 15. Und dort wird von dem Lohn der Ungerechtigkeit gesprochen im Hinblick auf Biliam und über den Irrtum des Biliam. Der hatte sich nämlich insoweit vertan, dass er dachte, er könnte auf die Weise handeln und gleichwohl einen Lohn erhalten. Wir fahren fort. Beachten Sie diese interessanten Ausführungen von Strauss, einem Baptistenprediger, den wir auch in der letzten Sendung bereits zitiert haben. Und zwar schreibt er auf den Seiten 53 bis 54 in seinem Buch über das Buch der Offenbarung. Biliam entwarf einen üblen Plan, um Gottes Kinder zum Abfall zu bringen. Als er feststellte, dass er sie nicht verfluchen konnte, nahm er sich vor, sie zu korrumpieren. Er plante die Verführung der Männer von Israel durch moabitische Mädchen, in dem die Männer eingeladen wurden, an den götzendienerischen und unsinnlichen Festen der Moabiter teilzunehmen. Dieser üble Plan ging auf. Und Sie können darüber in 4. Mose, Kapitel 25 lesen. Durch diese unheilige Allianz, wie Strauss hier schreibt, dieses ungleiche Joch, diese vermischten Ehen, begann Israel zu fallen. Biliam folgte Satans alter Masche. Als der Teufel es nicht schaffte, die göttliche Linie durch Mord auszulöschen, verlegte er sich auf Vermischung. Sie können dies in 1. Mose 6 nachlesen. Dies war Biliamismus und es war dieses böse Prinzip, das die Versammlung zu Pergamon unterwanderte. Soweit die Anmerkung von Strauss. Die Schlachterbibel schreibt, die Israeliten wurden verführt, Misch-Ehen einzugehen. Wir fahren fort, in unserer Broschüre Folgendes zu sagen. Die dritte Epoche von Bergamon begann um 650 nach Christus. Wahre Christen waren zu dieser Zeit als Paulikianer oder auch Paulizianer bekannt. Eine wichtige Führungspersönlichkeit war Konstantin von Mananalis. Ursprünglich glaubten die Paulikianer oder Paulizianer an das, was die Nazarener und Polykörb glaubten. Davon sprachen wir in der letzten Sendung. Weltliche Aufzeichnungen sagen uns, dass sie den Sabbat hielten, das Passa, die Tage der ungesäuerten Brote, dass sie das Reich Gottes predigten und dass sie die Taufe durch Untertauchen vollzogen. Anscheinend starben mehr als 100.000 Paulikianer als Märtyrer, wie es ein Autor ausdrückte, durch Hängen, Feuer und Schwert. Später und wahrscheinlich aufgrund der Verfolgung gaben viele den wahren Glauben auf und wendeten sich der Gewalt zu. Und sie wurden bekannt als eine Kämpfersekte und ihre Prediger waren ebenfalls als Generäle bekannt. Also hier eine friedliebende, pazifistische Gruppe, die dann zu einer kämpfenden Gruppe wurde. Das ist sehr wichtig zu beachten. Das sind die Zitate jetzt aus unserer Broschüre. Ich fahre fort, Folgendes zu sagen. Wenn wir uns an politischen Wahlen beteiligen, um, sagen wir mal, das Oberhaupt eines Landes zu wählen, in Amerika den Präsidenten, in Deutschland den Kanzler. Wenn wir als Geschworene an Gerichtsverhandlungen teilnehmen, und ganz besonders in Amerika ist das der Fall, wo jeder Einzelne hin und wieder mal so eine Einladung erhält, wo er als Geschworener teilnehmen muss, es sei denn, er kann den Richter überzeugen, dass er aus Gewissensgründen an einer solchen geschworenen Sitzung nicht teilnehmen kann. Und wenn wir dann am Wehrdienst auch noch teilnehmen, dann haben wir genau das erlangt, wovon hier bei dieser Kämpfersekte die Rede ist. Schauen Sie, es fängt mit politischen Wahlen an, geht dann zu den geschworenen Sitzungen über und dann letztendlich zum Wehrdienst. Und ich sage Ihnen vielleicht nichts Neues, vielleicht sage ich Ihnen etwas Neues, wenn es Gruppierungen innerhalb der Kirche Gottes gibt, der wahren Kirche Gottes, mit Antworten, solcher, die vorgeben, zu der wahren Kirche Gottes, zum Leibe Christi zu gehören, die lehren, dass man am Krieg teilnehmen kann und sogar hin und wieder muss. Man muss an diesem heiligen Krieg teilnehmen, heißt es dann. Und dann werden die merkwürdigsten Argumente angeführt, um dies rechtfertigen zu wollen. Aber es fängt immer zunächst einmal mit den Wahlen an und dann geht es weiter im Hinblick auf geschworenen Sitzungen. Zumindest hier in Amerika, wo das mehr oder weniger gar nicht gäbe ist, dass die meisten ja diese zivile Pflicht haben, an diesen geschworenen Sitzungen teilzunehmen, diese zivile Pflicht haben, an Wahlen teilzunehmen. Und dann hört es mit dem Wehrdienst auf. Und dann werden dann auch Argumente vorgebracht, wie zum Beispiel, ja, aber die Israeliten, die haben ja auch im Krieg gekämpft, im Alten Testament, und Gott hat sogar diese Kriege angeordnet. Und David ist ja auch jemand, der an Kriegen teilgenommen hat. Nun, wir haben Artikel hierüber veröffentlicht. Die können Sie auf unserer Webseite nachlesen. Sie ihnen erklären, dass alles die Sünde war. Alles dies war Sünde. Das war nie im Auftrage und in der Ansicht und mit der Absicht von Gott. David konnte und durfte den Tempel nicht bauen, weil er ein Mann des Blutes war, der Blut vergossen hatte. Einige sagen, ja, David hat nur dadurch gesündigt mit der Sache mit Uriah. Und verstehen in keinster Weise, dass David ein Mann war wie Sie und ich, ein Mensch wie Sie und ich, wenn Sie eine Frau sind, ein Mensch wie Sie und ich, der in vielfältiger Weise gesündigt hat. Aber er hat bereut. Und das müssen wir alle tun. Aber schauen Sie, diese falschen Ideen, die da so kursieren, die verschleiern natürlich Gottes Lehre im Hinblick auf Kriege. Und da kann es leicht geschehen, wie es unter diesen Paulikianern geschah, den Pauliziern, dass man dann zu kämpfenden, in Anführungszeichen, Christen wird. Aber dann hört man auf, wahre Christen zu sein. Ich möchte hier ein wenig jetzt auf das eingehen, was in Offenbarung, Kapitel 2, angefangen mit Vers 12 geschrieben steht, über die Gemeinde in Pergamon. Da heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, das sagt, der da hat, das scharfe zweischneidige Schwert. Nun hören wir uns ein wenig etwas an, was die Bibel zu dem zweischneidigen Schwert sagt. In Vers 16 im gleichen Kapitel wird dann auch gesagt, Tut nun Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Hier wird eine Assoziation dargestellt zwischen dem Schwert und dem Mund von Jesus Christus. Aber hier wird noch mehr in der Bibel gesagt. Epheser Kapitel 6 und in Vers 17. Epheser 6 und Vers 17. Da heißt es, Nehmt den Herrn des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Und in Hebräer Kapitel 4 und in Vers 12, da lesen wir, Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und der Sinne des Herzens. Schauen Sie, darum geht es. Jesus Christus, das Wort Gottes, und Jesus Christus ist das personifizierte Wort Gottes, sagt uns, wie man leben muss und was man tun muss und was man nicht tun darf. In Offenbarung Kapitel 1 und in Vers 16, da lesen wir, dass Christus, der hier beschrieben wird, sieben Sterne in seiner rechten Hand hatte und aus seinem Munde ging ein scharfes zweischneidiges Schwert. Nun, was ist damit gemeint, dass aus seinem Munde dieses zweischneidige Schwert geht? Offenbarung 19 und Vers 15. Offenbarung 19 und Vers 15. Das ist die Beschreibung der Wiederkunft Christi. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage. Und er wird sie regieren mit eisernem Stabe und ertritt die Kälter voll vom Wein des grümmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen. Es geht darum, dass er die Völker regieren wird anhand des Wortes Gottes. Er wird keine Kompromisse schließen, er wird keine Rebellion zulassen. Jesaja Kapitel 11, Jesaja Kapitel 11 und Vers 4. Und wir müssen die Gesinnung entwickeln, die auch Jesus Christus hatte und hat. Jesaja 11 und Vers 4. Denn so wird Christus regieren. Er wird mit Gerechtigkeit richten, die Armen. Und Recht des Urteils sprechen, den Elenden im Lande. Deswegen nehmen wir in keinen geschworenen Sitzungen teil, weil wir wissen, da wird keine Gerechtigkeit praktiziert. Das ist absolut klar und deutlich. Und es heißt, und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Er wird keine Rebellion dulden. Er wird keine Toleranz mehr dulden gegenüber Sünde und korruptem Verhalten. Und wir lesen das auch in Matthäus Kapitel 10. Matthäus 10 und in Vers 34. Matthäus 10 und Vers 34. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Aber was ist das? Das ist die Bedeutung. Was ist damit gemeint? Was meint er hiermit? Er hat nicht damit gemeint, dass wir jetzt Krieger werden wollen. Kriegerische Menschen, die jetzt anfangen, andere da im Krieg zu bekämpfen. Darum geht es nicht. Nein, das Schwert, das Wort Gottes wird eine Scheidung vornehmen. Und er sagt das auch. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter, mit ihrer Mutter und so weiter und so fort. Warum? Nun, diejenigen, die Gottes Wort halten, die werden verfolgt werden von denen, die das Wort Gottes nicht halten wollen. Dadurch entsteht die Entzweihung. Das ist das Schwert, das Wort Gottes. Und wenn wir jetzt zurückgehen zur Offenbarung, Kapitel 2, dann lesen wir weiter in Vers 13. Da heißt es hier, ich weiß, wo du wohnst. Aber hier ist etwas ausgelassen. Die Röderbiet 2009 schreibt, ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst. Und das ist wichtig. Bei jedem Schreiben, bei jeder Botschaft sagt Christus, ich kenne deine Werke. Hier ist es ausgelassen worden. In der letzten Botschaft wurde es auch ausgelassen. Es hätte nicht ausgelassen werden dürfen. Die englische King James Bible zum Beispiel hat es natürlich auch drin. Aber er sagt, ich kenne deine Werke und ich weiß, wo du wohnst. Da, wo der Thron des Satans ist. Da, wo der Thron des Satans ist. Und wenn sie etwas weiterlesen, dann heißt es ein bisschen später, auch am Ende von Vers 13. Du bist da, wo der Satan wohnt. Nun, damals war der Thron Satans in Pergamon. Heute ist er da nicht mehr. Natürlich nicht. Wie wir sehen werden, die Gemeinde zu Pergamon, die gibt es heute gar nicht mehr. Auch noch nicht einmal mehr im Hinblick auf Überbleibsel. Nein, der Thron Satans ist heute ganz woanders. Was meinen Sie wohl, wo der ist? Von wo wird eine große Religion aus regiert? Eine Vereinigung, sagen wir mal, zwischen Kirche und Staat, die es schon seit langem gibt. In Lukas Kapitel 4 wird deutlich, wer eigentlich Herrscher dieser Welt heute ist. Die meisten meinen, oh, es ist Gott. Gott ist der Herrscher dieser heutigen Welt. Nun, wenn das der Fall wäre, dann hätte Gott aber ausgesprochen drastisch versagt, wenn Sie sich diese schrecklichen Zustände anschauen. Nein, Gott hat es zugelassen, dass Satan auf seinem Thron nach wie vor sitzt, den er nach wie vor hat und von diesem Thron aus regiert, die Menschheit verführt. Gott lässt es zu, dass der Mensch seine Lektion lernt, dass er begreift, dass unter Satans Einfluss der Mensch niemals zufrieden, niemals zu Glückseligkeit kommen kann. Wenn er sich abwendet von Gott, wird er nichts haben letztendlich als Elend und Leid und schreckliche Zustände. Lukas 4, Vers 5 Da lesen wir, der Teufel führte ihn, Jesus Christus, hoch hinauf, zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick. Und er sprach zu ihm, alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben, sagt Satan, und ich gebe sie, wem ich will. Und wenn du mich nun anbetest, so soll sie ganz dein sein. Und Christus hat nicht gesagt, nein, nein, du kannst mir diese Macht nicht geben, diese Herrlichkeit, denn dir gehört sie ja gar nicht. Nein, nein, Christus hat dem nicht widersprochen, er wusste das. Er wusste, dass heute Satan der Herrscher dieser Welt ist und aller Reiche dieser Welt und aller Regierungen dieser Welt. Auch ein Grund, warum wir uns an politischen Wahlen nicht beteiligen sollten. In 2. Korinther Kapitel 4 2. Korinther Kapitel 4, die Verse 3 bis 4 Was sagt uns Paulus hier? Ist aber unser Evangelium verdeckt, die frohe Nachricht, die gute Botschaft vom Reich Gottes, ist diese Nachricht verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat. Das ist wichtig, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Jesus Christus ist das Ebenbild Gottes, das Bild Gottes. Wir sollen das Bild Christi tragen, einnehmen. Was meinen Sie wohl, was damit gemeint ist, letztendlich? Epheser Kapitel 6. Es ist nicht alleine nur Satan, der die Welt beherrscht. Er hat auch seine Engel, die ihm folgen. Die werden heute mit Dämonen gezeichnet. Epheser 6, die Verse 11 bis 12. Zählt an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, wir kämpfen nicht buchstäblich in einem Krieg gegen andere Menschen, aber wir haben zu kämpfen mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Klarer kann man es gar nicht ausdrücken. Die bösen Geister unter dem Himmel, Satan, seine Dämonen, sind die wahren Herrscher dieser heutigen Welt. Was erklärt, warum diese Welt in dem Zustand ist, in dem sie ist? Und warum diese Welt einem totalen Untergang entgegen geht? Kehren wir zur Offenbarung 2 zurück und lesen wir Vers 16. Da heißt es hier, tue nun Buße. Oder besser, wie die Lutherbibel 2019 es sagt, kehre um. Wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Ich werde bald über dich kommen, heißt es hier und es ist in der Tat auch geschehen. Und heute gibt es keine Überbleibsel mehr von der Pergamon-Ära. Die ist total ausgelöscht worden. Die ist weg. Die gibt es nicht mehr. Die existiert nicht mehr. Diese Gemeinde existiert nicht mehr. Diese Ära, von der die Rede ist, existiert nicht mehr. Andere Äras natürlich schon. Gottes Kirche würde niemals aussterben. Aber diese Ära hat keinerlei Überbleibsel mehr. Und dann sagt er hier in Offenbarung 2 und Vers 17. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Mit anderen Worten, diese Botschaft gilt für alle. Wer überwindet, wer siegt, wer siegreich ist, den will ich geben von dem verborgenen Manner. Und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf den Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Gut, drei Dinge werden hier erwähnt, die ich hier besprechen möchte. Zunächst einmal, er spricht von dem verborgenen Manner. Ich will ihm das verborgene Manner geben. Zunächst einmal, das Manner. Was ist damit gemeint? Nun, in Johannes Kapitel 6 sagt uns Christus deutlich, was damit gemeint ist. Johannes 6, Vers 51. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Er sprach geradezu vor von dem Manner, was die Israeliten im Alten Testament erhielten. Und er stellt den Gegensatz her und sagt an, aber ich bin das lebendige Brot. Die Israeliten haben das Manner gegessen, sind gestorben, aber ich bin das lebendige Brot. Aber er spricht ja auch von dem verborgenen Manner. Warum ist das verborgen? Nun, weil die meisten Menschen gar nicht wissen, was Christus hier anspricht. Die Tatsache, dass man einmal im Jahr, wenn man ein getauftes Mitglied der wahren Kirche Gottes ist, auf die richtige Weise getauft, an dem Passat teilnehmen muss. An den Symbolen von Brot und Wein teilnehmen muss. Das sind Symbole. Es ist nicht so, dass auf einmal jetzt das Brot sich in das Fleisch von Christus verbandelt. Das sind Symbole. Und die meisten verstehen diese Symbole in keinster Weise oder meinen, sie könnten das Abendmahl nehmen oder die Kommunion nehmen, wann immer sie Lust dazu haben. Es ist aber auch deshalb verborgen, weil es ein Geheimnis darstellt. Und dieses Geheimnis, dieses verborgene Geheimnis wird in 1. Korinther Kapitel 2 näher beschrieben. 1. Korinther Kapitel 2 und die Verse 7 bis 8. 2. Korinther Kapitel 3 und die Verse 8 bis 9. Schauen Sie, es hat mit der Herrlichkeit zu tun, die uns angeboten wird, die wir vorherbestimmt worden sind, in dieser Jetztzeit berufen zu werden. Und das ist ein Geheimnis, das verborgen ist. Die meisten Menschen bestehen nichts davon. Und Christus hat das auch klar und deutlich zum Ausdruck gebracht in Matthäus 11 und in Vers 25. In Matthäus 11 und Vers 25, da sagt er nämlich Folgendes. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast, diesen Weisen und Klugen dieser Jetztzeit, und hast es Unmündigen offenbart. Sind Sie ein Weiser und Kluger in dieser Jetztzeit, dann werden Sie nicht verstehen, was hier die Bibel Ihnen sagt. Sind Sie ein Unmündiger, dann offenbart es Ihnen Gott, wenn Sie einen offenen Sinn haben, aber dann sollen Sie natürlich in göttlicher Weisheit wachsen. Und dann spricht Petrus oder vielmehr hier Johannes von diesem weißen Stein. Er zitiert natürlich die Aussage von Jesus Christus. Das heißt hier, ich will ihm geben nicht nur das verborgene Manna, sondern auch einen weißen Stein. Was ist mit diesem weißen Stein gemeint? Zunächst einmal Stein. Nun, in 1. Petrus, Kapitel 2, da wird auch von einem Stein und verschiedenen Steinen gesprochen. Und hier wird auch eine gewisse Identifikation wieder angestellt, die wir begreifen müssen. In 1. Petrus 2 und die Verse 4 und 5. Zu ihm, Christus, kommt als zu dem lebendigen Stein. Schauen Sie, wir sollen so werden, wie Christus ist. Er gibt uns von dem verborgenen Manna, von sich selbst, damit wir charakterlich mehr und mehr so werden, wie er ist. Und letztendlich ihm gleich sein werden, wenn er zurückkommt. Ein verherrlichtes Geistwesen, ein verherrlichtes Gottwesen. Und er will uns diesen weißen Stein geben. Weiß natürlich, Symbol für Gerechtigkeit. Er ist dieser Stein, schauen Sie. Er will zunächst einmal uns selbst diesen Stein geben. Also er will sich selbst uns geben. Aber noch mehr wird gesagt, denn dieser weiße Stein hat auch eine ganz besondere Bedeutung für uns. Und es gibt da verschiedene Möglichkeiten, dies zu verstehen. Die Schlachterbibel schreibt, der Sieger von Wettkämpfen erhielt einen weißen Stein, um ihm Einlass zu den Siegesfeierlichkeiten zu verschaffen. Siegesfeierlichkeiten. Wir siegen. Wenn dieser Punkt erreicht ist, wenn Christus zurückkommt, dann haben wir gesiegt. Die Riley Bible Study bringt, bei Gerichtsverhandlungen wurde mit einem weißen Stein für die Unschuld des Angeklagten gestimmt. Ja, wenn Christus zurückkommt, wir werden zu Geistwesen, zu Gottwesen verwandelt werden, werden wir total vollkommen unschuldig sein. Alle unsere Sünden werden vergeben sein. Auch die, die wir vielleicht gar nicht mal so bedenken, an die wir vielleicht gar nicht so gedacht haben. Aber Gott kennt ja unser Herz. Und dann eine dritte Möglichkeit, die Nelson Bible Study sagt, Gladiatoren bekamen einen weißen Stein und mussten dann nicht mehr weiter kämpfen. Wenn wir zu Gottwesen verwandelt werden, brauchen wir nicht mehr zu kämpfen gegen die Sünde in unserem Fleisch, gegen die Welt da draußen, gegen Satan. Dann haben wir überwunden, dann sind wir Sieger. Alles dies sind Möglichkeiten, was dieser weiße Stein bedeuten mag. Und dann heißt es hier, wie wir gerade gelesen haben, und auf diesen Stein wird ein neuer Name geschrieben sein, der niemand kennt als der, der ihn empfängt. Ein neuer Name. Eine Parallelstelle findet sich in Jesaja, Kapitel 62. Jesaja 62 und in Vers 2. Jesaja 62 und Vers 2. Die Völker sehen deine Gerechtigkeit. Es geht hier symbolisch um Zion, aber das ist natürlich hier auch symbolisch für die Kirche gemeint. Die Völker sehen deine Gerechtigkeit und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du sollst mit einem neuen Namen genannt werden, welchen des Herrn Mund nennen wird. Wiederum dieser neue Name. Aber mehr wird hier wiederum zum Ausdruck gebracht, denn in Offenbarung 19 und Vers 12, in Offenbarung 19 und Vers 12 wird auch von dem neuen Namen gesprochen, aber auf wen bezogen? Da heißt es, seine Augen, die Augen von Jesus Christus sind wie eine Feuerflamme, darauf kommen wir gleich noch ein, zu sprechen. Und auf seinem Haupte sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Dieser neue Name hat auch etwas mit Christus zu tun. Mit seiner Herrschaft. In Offenbarung Kapitel 3 und in Vers 12, da lesen wir auch. Wer überwindet, den will ich machen zum Feier in dem Tempel meines Gottes und er soll nicht mal hinausgehen und ich will auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das von Himmeladier kommt, von meinem Gott und meinen Namen, den Neuen. Also er wird seinen Namen auf diejenigen schreiben, die überwinden. Wir sehen hier den engen Zusammenhang. Letztendlich sollen wir wie Christus werden. Er wird seinen Namen, diesen neuen Namen, auf uns schreiben, uns geben. Und wir werden dann alle Teil der Familie Gottes sein. Christus, der Erstgeborene und der vielen Brüdern. Kehren wir uns jetzt an ein weiteres Schreiben. Und zwar das Schreiben von Tiatira. Die Botschaft an Tiatira. Zunächst wiederum lese ich aus unserer Broschüre über das Buch der Offenbarung. Und diese Botschaft findet sich in Offenbarung Kapitel 2, die Verse 18 bis 29. Da sagen wir Folgendes. Die Stadt von Tiatira war ein Zentrum der Wirtschaft und des Handels und berühmt für ihren Tempel der Artemis oder der Diana. Eine mysteriöse Gestalt, Isabel, wird dort erwähnt. Ob es sich hierbei wortwörtlich um eine Person handelt, eine symbolische Bezeichnung für eine große falsche Kirche, die in Offenbarung 17 zum Beispiel beschrieben wird. Oder ob es sich auf die Frau des führenden Königs Ahab bezieht. Entscheidend ist, dass einige in Gottes Kirche begannen, sich an heidnischen Anbetungen des Sonnengottes Baal und seiner Mutterfrau, der Mondgöttin Astarte oder Ischa, zu beteiligen. Und Isabel wird nebenbei in 2. Könige Kapitel 9, Vers 22 mit Zauberei und diesen magischen Dingen in Verbindung gebracht. Wir sagen einschließlich hier der Haltung des Sonntags und der Beobachtung von Weihnachten und Ostern. Eine Doktrin oder Lehre, die mit den Tiefen des Satans verglichen wird. In Offenbarung 2, Vers 24 sagt es nämlich hier. Ich sage aber euch, den anderen in Tiatira, die solche Lehre nicht haben, die nicht erkannt haben, die Tiefen des Satans. Und dann fährt er fort, etwas weiteres zu sagen. Die Tiefen des Satans. Satan hat manchmal sehr tiefgehende Lehren, mit denen man sich natürlich nicht befassen soll und darf und muss. Aber es gibt hier einen interessanten Kontrast. In 1. Korinther Kapitel 2, und ich ergänze das hier, das haben wir nicht in unserer Broschüre stehen. Aber in 1. Korinther Kapitel 2, und Vers 10, da wird nämlich ein Kontrast deutlich. Da sagt nämlich hier Paulus, uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist, denn der Geist Gottes erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Wir sollen die Tiefen Gottes, diese tiefe Lehre Gottes erforschen. Und der Heilige Geist erforscht ihn und gibt dann uns diese Erkenntnis weiter. Wir müssen natürlich diese Erkenntnis annehmen. Also uns nicht mit den Tiefen Satans beschäftigen. Einige, die sind da irgendwo fasziniert davon, sich da mit Magie und magischen Dingen dazu beschäftigen, sondern mit den tiefen Weisheiten, die uns Gott anbietet. Und wir verweisen hier auch in unserer Broschüre auf die Broschüre, die wir auch verfasst haben, das Geheimnis des Weihnachtsfestes, das noch viel mehr auf die interessanten weihnachtlichen Anbietungen eingeht. Und wir hatten auch bereits in der letzten Predigt von den Werken und der Lehre der Nikolaiten gehört. Nikolaus, kein anderer als der heutige moderne Weihnachtsmann. Wir fahren fort zu sagen. Strauss bietet diese interessante Interpretation auf den Seiten 66 bis 67 an. Und ich zitiere. Obwohl die Bibel klarstellt, dass eine Frau sich einem Mann unterzuordnen hat und dass eine Frau niemals Autorität über einen Mann ausüben darf, vergleiche erst in Timotheus 2, die Verse 1 bis 12, hat das römische System diese Rollen vertauscht. Und Millionen von römisch-katholischen Männern beten ein Bildnis von Maria an und senden ihre Gebete zu ihr. Die Isabel der letzten 1500 Jahre hat sich nicht verändert. Rom wird sich niemals ändern. Aber dieses Babylon der Prophetie wird von dem göttlichen Richterstuhl treten müssen, wenn der unumschränkte Herrscher der Kirche zu dieser Erde zurückkehren wird. Und da haben sie auch gleich schon die Antwort auf die Frage, wo sich der Sohn oder der Thron Satans heute befindet. Wir fahren fort zu sagen. Die vierte Epoche von Thyatira begann zur Zeit der Reformation um 1100 n. Chr. mit Peter de Bois in Frankreich. Er wurde später unter dem Namen Peter Valdez oder Peter Waldo bekannt und war Oberhaupt der Valdenser. Im 12. Jahrhundert waren die Valdenser in ungefähr 22 europäischen Ländern vertreten. In 1309 erschienen sie in den Niederlanden und einige Jahre später predigten die valdensischen Führer Walter Lollard und sein Bruder Raymond das Evangelium in Großbritannien. Im Jahre 1315 berichten Aufzeichnungen von 80.000 Valdensern in Bohemien. In 1539 stieg in Europa die Zahl ihrer Mitglieder auf 800.000 an. Die Valdenser hielten den Sabbat, die jährlichen Heiligen Tage. Sie verweigerten heidnische Bräuche, wie zum Beispiel Ostern, welche von den orthodoxen Christen gerne übernommen wurden. Nachfahren, das ist jetzt wichtig, was wir hier sagen, Nachfahren, die noch immer die Gebote Gottes halten, werden zur Christi Wiederkehr noch existieren. Das findet sich in Offenbarung 2, Vers 25, das werden wir gleich noch lesen. Als sie jedoch verfolgt wurden damals, da wandten sich viele der Gewalt zu, wie die Paulikianer, wie wir gesehen haben, und sie begannen, die Wahrheit zu vergessen und nahmen falsche Lehren an, um ihr Leben zu schonen. Und da gab es damals eine große Diskussion unter den Valdensern, können wir nach wie vor tatenlos zusehen, wenn die römische Kirche damals uns verfolgt, oder müssen wir nicht auch zum Schwert greifen, um gegen die Armeen der katholischen Kirche, die die damals hatten, zu Felde zu ziehen. Und viele, die meisten, haben sich für den Kriegsdienst insoweit entschieden. Nun heute, das sind jetzt meine Ausführungen, das finden Sie nicht mehr in der Broschüre, aber heute haben die Valdenser, die ihr Hauptquartier in den USA haben, ihre Vergangenheit total vergessen und verleugnet. Sie erkennen noch nicht einmal an, dass sie einmal den Sabbat gehalten haben. Aber Überbleibsel existieren noch heute, aber sie sind nicht mehr als Valdenser bekannt. Also sie werden sie jetzt nicht bei den Valdensern finden und sie gehören auch nicht dazu. Aber es sind eben Überbleibsel aus dieser Ära. Die existieren heute noch. Es gibt zum Beispiel heute Überbleibsel aus der sogenannten Worldwide Church of God, nachdem er Armstrong starb, der damalige menschliche Führer, Leiter. Aber die Worldwide Church of God heute hat nichts mehr mit der Wahrheit gemein. Die haben ja auch sogar ihren Namen geändert, nennt sich heute Grace Communion International. Also da geht es jetzt nicht drum. Aber heute haben sich Überbleibsel aus der Worldwide Church of God in verschiedenen Organisationen niedergelassen. Sagen wir mal, es befinden sich dort Überbleibsel. Und das gilt eben auch für die Überbleibsel aus der Theatira Ära, die auch den Geist der Theatira Ära heute noch reflektieren mögen. Deswegen ist es wichtig, zunächst einmal zu sehen, was hier über Theatira gesagt wird. In Kapitel 2 und Vers 18. Dem Engel der Gemeinde in Theatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes. Jesus, wichtig, das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Wie ich in der letzten Predigt sagte, das ist eine Identität. Man kann nicht den Sohn Gottes von Christus irgendwie abgrenzen und sagen, ja, das ist der Sohn Gottes und das ist Jesus Christus. Nein, Christus ist der Sohn Gottes. Und es heißt, das ist der Sohn Gottes und der Sohn Gottes starb. Und er war tot für drei Tage und drei Nächte, lag er tot im Grab. Da gab es keinen lebendigen Sohn Gottes zu dem Zeitpunkt. Und Gott, der Vater, musste ihn von den Toten auferwecken. Aber das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind wie Golderz. Er hat Augen wie Feuerflammen. Nun, in Offenbarung 1, die Verse 14 bis 15, wurde das bereits erwähnt, wo er hier an dieser Vision dem Johannes erschien. Sein Hauptarbe und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet. Schauen Sie, wenn man heute Bilder von Christus sieht, das ist lächerlich, wenn man sich anschaut, wie er in Wirklichkeit heute aussieht in dieser Vision geschrieben wird. Deswegen heißt es auch, wir sollen uns keinerlei Bildnisse und Gleichnisse von Christus machen, dem Sohn Gottes. Wir finden auch eine Beschreibung in Offenbarung 19 und in Vers 12. Wenn er zurückkommt, seine Augen sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupte sind viele Kronen. Das ist der Sohn Gottes, das ist Jesus Christus. Das ist, wie er heute aussieht, als ein verherrlichtes Gottwesen, wie er ausgesehen hat, bevor er ein Mensch wurde. Dann lesen wir weiter in Offenbarung 2 und Vers 19. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld, das ständige Ausharren, das beständige Ausharren. Und ich weiß, dass du je länger, je mehr tust, gilt das für uns auch. Je länger wir in Gottes Kirche sind, je mehr wir sehen, wie die Zeit der Wiederkunft Christi voranrückt, tun wir dann sogar noch mehr als zu Anfang, als wir zur Wahrheit kamen. Aber leider, Vers 20, ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest, diese Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Vielleicht sogar Hurerei zu treiben im buchstäblichen Sinne, aber mehr noch natürlich im geistlichen Sinne, wie wir eben gesagt haben, diese heidnischen Praktiken anzuwenden, zu meinen, man könne ohne weiteres, man solle vielleicht sogar Weihnachten feiern, Ostern feiern. Viele, die einmal in der World White Church of God waren, sind dazu gebracht worden, haben sich dazu verführen lassen, jetzt Weihnachten zu feiern, Ostern zu feiern, all diese heidnischen Feste zu halten und meinen damit vielleicht sogar noch, dass sie etwas tun, was Gott wohl gefährlich ist. Gott sagt, ich hasse das. Und sie werden dazu verführt, Götzenopfer zu essen. Nun, als Götzenopfer. Es gab diese Diskussion natürlich in der Neu-Testamentischen Kirche, dass einige jetzt Götzenopferfleisch aßen, aber eben nicht als Götzenopferfleisch. Und Paulus sagt, das ist okay. Aber wenn jemand es als Götzenopferfleisch isst, als ein Fleisch, das zur Anbetung von falschen Götzen diente, dann soll man das natürlich nicht tun. Wir würden heute zum Beispiel ja nicht Weihnachten feiern und insoweit dann an Weihnachtsmalen, als Weihnachtsmalen teilnehmen. Das ist damit gemeint. Aber hier wurden die Verführtes zu tun. Es gibt zum Beispiel Stellen im Buch Jeremia, wo man Kuchen gebacken hat zu Ehren der Himmelskönigin. Und wie gesagt, das waren entweder Weihnachtskuchen oder Osterkuchen. und wenn man sie als solche aß, wenn man jetzt die Himmelskönigin, die moderne Himmelskönigin, ist natürlich jemand anders als die Idee der Maria, der Mutter Gottes, in Anführungszeichen, die angeblich im Himmel sein soll, wohingegen die Bibel klar und deutlich sagt, sie liegt tot im Grabe und wartet auf ihre Auferstehung, wie jeder Christ tot im Grabe liegt und auf seine Auferstehung wartet. Aber wenn man das natürlich insoweit tut, dass man jetzt der, in Anführungszeichen, jetzt heilige Mutter Gottes, dass da diese Kuchen bäckt und dann vielleicht zu ihren Ehren sie isst, das ist genau das, worum es hier geht. Da sagt Gott absolut nichts. Und er sagt, und ich habe ihr Zeit gegeben, in Vers 21 Buße zu tun. Nicht so gut die Übersetzung. Die Menge Bibel schreibt, ich habe ihr eine Frist zur Umkehr gegeben, doch sie will sich von ihrer Unzucht nicht bekehren. Dieser geistlichen Unzucht, vielleicht sogar auch physischen Unzucht. In vielen sogenannten christlichen Kirchen heute wird ja gar nichts dagegen mehr gesagt, dass man zusammenleben kann, ohne verheiratet zu sein. Oder sogar in einigen Kirchen wird sogar gesagt, es ist gar kein Problem, gleichgeschlechtliche Beziehungen zu unterhalten. Nein, er sagt, ich habe dir Zeit gegeben, Buße zu tun, in dich zu gehen, zu bereuen, dich zu bekehren. Aber sie will sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Und dann heißt es hier in Vers 22, siehe, ich werfe sie aufs Bett. Die Menge Bibel schreibt, aufs Krankenlager. Die neue Lutherbiel 2009, aufs Krankenbett. Man wird krank. Gott erlaubt es, dass man krank wird. Ganz buchstäblich, physisch gesehen. Vielleicht dann kommt man zur Reue. Vielleicht dann immer noch nicht. Und Paulus sagt, wenn das der Fall ist, viele sind zum Beispiel krank geworden, weil sie das Passa nicht auf würdige Weise zu sich genommen haben. Und wenn immer noch keine Reue erfolgt, dann kann man auch seinem eigenen Tode entgegen sehen. Er sagt, und manche sind entschlafen. Aber hier hat er sie, wie es heißt, auf dieses Krankenbett geworfen und mit ihr jene, die die Ehe gebrochen haben, physisch, geistlich, und ich stürze sie in große Trübsal, wenn sie sich nicht bekehren von Isabels Werken. Also hoffentlich geht es hier um eine Gruppe, die noch existiert, dieses Überbleibsel existiert noch, denn es wird von der großen Trübsal gesprochen, die ja noch kommen wird. Aber es sind hier Menschen, die sich nicht bekehren wollen von ihren heidnischen Praktiken, die sie angenommen haben aufgrund dieser Verführung. Und es heißt sogar in Vers 23, und ihre Kinder will ich mit dem Tode schlagen. Warum die Kinder? Nun, weil die Kinder dem Beispiel der Eltern gefolgt sind. Eine Umkehrung findet sich, ein Kontrast findet sich in Sprüche 14, Vers 26. Da sieht man auch die gewaltige Rolle und Verantwortung, die die Eltern ihren Kindern gegenüber spielen. Diejenigen, die, und ich sage das ganz deutlich, die damals die Worldwide Church of God verlassen haben oder sagen wir einmal die Wahrheit verlassen haben und in der falschen Lehre der sich dann entwickelnden Worldwide Church of God geblieben sind, die dann zum Beispiel jetzt Weihnachten feiern, Ostern feiern, die haben sehr schlecht ihren Kindern gedient, die diesem falschen Beispiel folgen. In Sprüche 14, Vers 26 heißt es, wer den Herrn fürchtet, hat eine sichere Festung und auch seine Kinder werden beschirmt. Seine Kinder werden beschirmt. Auch vor der großen Trübsal werden sie beschirmt. Es wird einen Ort der Sicherheit geben hier auf Erden, wo Schutz auch für die Kinder gegeben wird. Aber es liegt an den Eltern auf die richtige Weise zu handeln. Ich gehe jetzt von Kindern aus, die natürlich noch minderjährig sind, die keine eigene Entscheidung getroffen haben. Aber hier geht es darum, die Kinder sind den Eltern in falscher Weise gefolgt und Gott sagt, auch sie werden dann für ihr falsches Verhalten Verantwortung geben müssen. Und dann lesen wir weiter. Und alle Gemeinden, Vers 23, sollen erkennen, dass ich der bin, der Nieren und Herzen erforscht oder prüft. Und ich werde geben einem jeden von euch nach euren Werken. Der Nieren und Herzen prüft oder erforscht. Machen wir uns da nichts vor und meinen wir, wir könnten Dinge tun, vielleicht im Geheimen, von denen ja niemand etwas weiß. Psalm 7 und Vers 10 Lass enden, lass enden der gottlosen Bosheit, den Gerechten aber lass bestehen, denn du gerechter Gott prüfest Herzen und Nieren. Er prüft die Herzen und Nieren der Gerechten und der Gottlosen. Keiner kann Gott etwas vormachen. In Jeremia Kapitel 11 Lesen wir zunächst einmal Vers 20. Jeremia 11 und Vers 20 Aber du Herr Zebaoth, du gerechter Richter, den du Nieren und Herzen prüfst, lass mich deine Rache an ihnen sehen, denn dir habe ich meine Sache befohlen. Es geht darum, dass hier Jeremia verfolgt wurde von bösen, üblen, gewalttätigen Menschen. Er selbst hat sich nicht gerecht, aber er hat eines verstanden. Er hat verstanden, was auch Paulus sagt, lasst die Rache Gott. Gott wird uns rächen, Gott wird vergelten und Gott wird vergelten anhand eines gerechten Gerichtes, nachdem er Nieren und Herz geprüft hat und dann wird er einschreiten. In Kapitel 17 und Vers 10 da lesen wir Ich, der Herr, ich kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Schauen Sie, wir hatten gelesen, dass der Engel der Gemeinde in Smyrna, dass ihm gesagt wurde, was also jetzt Filme, oder Filme Theater, in diesem Falle und Bergen und so weiter, es gesagt wurde, ich kenne deine Werke. Nun, das müssen nicht unbedingt gute Werke sein, es können auch böse Werke sein, aber Gott prüft sie und er wird uns vergelten anhand unserer Werke, nach unseren Werken. Offenbarung Kapitel 22 und Vers 12 Offenbarung 22 und Vers 12 Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, sagt Christus, einem jeden zu geben, wie sein Werk ist, oder wie zum Beispiel die neue Lüttelbibel 2009 es sagt, wie es seinen Werken entspricht. Nun, die Werke, die diese guten Werke sind, da wird etwas mehr noch gesagt in Offenbarung 2 und in Vers 26 da heißt es nämlich und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende. Wenn es gute Werke sind, sind es letztendlich die Werke von Jesus Christus, der sie durch uns tut. Wir lassen sie ihn tun. Schauen Sie, wir lassen Christus in uns leben. Und einige sagen, ja, wir haben doch alle diese Werke getan, und Christus sagt, ich habe euch nie gekannt, weichet von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Kehren wir zurück zu Kapitel 2 Vers 24 um den Zusammenhang noch zu lesen. Euch aber sage ich den anderen im Theaterer, die solche Lehre nicht haben, die also nicht in diesen Tiefen des Satans da herum gewühlt haben, die solche Lehre nicht haben, die nicht erkannt haben, die Tiefen des Satans, wie sie sagen, ich werfe keine andere Last auf euch, doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme, das zeigt, dass es hier auch um Überbleibste noch geben muss, die existieren müssen, wenn Christus zurückkommt. was wird das keinen Sinn ergeben, haltet fest, bis ich komme. Dieses haltet fest, bis ich komme, das findet sich auch in Kapitel 3 und Vers 11 nebenbei gesagt, darauf werden wir noch zu sprechen kommen, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme, das war eine Botschaft an Philadelphia. Also halte fest, was ihr habt, bis ich komme. Und dann Vers 26, wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Völker und er soll sie weiden, mit eisernem Stabe, wie die tünnernen Gefäße werden sie zerschmissen, wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater und ich will ihm geben den Morgenstamm. Viel wird hier gesagt. Zunächst einmal, er wird sie weiden mit eisernem Stabe. Was ist damit gemeint? Wir haben eigentlich schon etwas dazu gesagt. In Offenbarung Kapitel 12 und Vers 5, da wird folgendes gesagt, sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe. Kompromisslos mit Gerechtigkeit. In Offenbarung 19 und in Vers 15. Aus seinem Mund ging ein scharfes Schwer, dass er damit die Völker schlage und er wird sie regieren mit eisernem Stabe. Und er tritt die Kälte voll vom Wein des Königens Zornes Gottes. Auch das haben wir bereits gelesen. Aber wie auch hier ist es wichtig zu begreifen. Manchmal wird Christus so als das unschuldige, demütige, sanfte Lamm dargestellt, was er natürlich auch war. Aber wenn er zurückkommt, wird er mit Gerechtigkeit und mit Kraft und mit Macht herrschen und keine Rebellion dulden. Im Psalm Kapitel 2 die Verse 8 bis 9 das ist Christus. Aber Christus wird diese Macht mit uns teilen. Auch wir werden unter ihm herrschen mit eisernem Stabe. So müssen wir heute schon dieses diese Gesinnung entwickeln gerecht zu richten. Situationen auf gerechte Weise zu betrachten im Psalm Kapitel 2 und die Verse 8 bis 9. Psalm Kapitel 2 und Vers 8 Bitte mich, sagt Gott der Vater, so will ich dir, Jesus Christus, Völker zum Erbe geben und der Welt enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Das hatten wir auch gerade gelesen, dass das uns auch gegeben werden soll. Aber zunächst einmal wird hier von Christus gesprochen und ihm wird diese Macht gegeben, das zu tun, weil er mit absoluter Gerechtigkeit herrschen wird in Daniel Kapitel 7. Daniel Kapitel 7 angefangen in Vers 13. Eine Vision. Da heißt es, ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der o alt war und wurde vor ihn gebracht und ihm wurde gegeben Macht. Gott der Vater gibt ihm Macht und Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten und seine Macht ist ewig, vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Schauen Sie, das wird Christus gegeben, ihm wird diese Macht gegeben. Und was geschieht in Vers 27 in Daniel 7. Aber sein Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche und den ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. In diesem Zusammenhang schauen wir uns noch einmal an in Offenbarung Kapitel 2, was Christus hier sagte. Ihm will ich Macht geben über alle Völker, Vers 26, Vers 27 und er soll sie weiden mit all seinem Stabe, Vers 28. Wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater, das hätten wir gerade gelesen, in Daniel. Und dann sagt er noch etwas. Also hier wird wiederum diese Identifikation zunächst einmal deutlich. Christus hat die Macht gegeben, mit all seinem Stabe zu herrschen, er gibt diese Macht an uns weiter, mit all seinem Stabe zu herrschen, unter ihm natürlich. Aber er will uns auch geben den Morgenstern. Was ist damit gemeint? Auch hier wiederum geht es um eine Identifikation, denn wer ist dieser Morgenstern? Was, wen oder was will Christus uns geben? In Offenbarung Kapitel 22, Vers 16. Offenbarung 22 und Vers 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Auch hier wiederum, Christus will sich uns geben. Christus will in uns leben. Er muss mehr und mehr Gestalt in uns annehmen. Wir müssen es ihm erlauben, mehr und mehr Gestalt in uns anzunehmen. Und so lesen wir in 2. Petrus, Kapitel 1 und in Vers 19. 2. Petrus, Kapitel 1 und Vers 19. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und das kann auch übersetzt werden, umso fester steht uns das prophetische Wort, das wir besitzen, wie die Mengebibel es sagt. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Christus muss in uns leben. Wir müssen ihm einen Platz einräumen in unserem Herzen, sodass Christus mehr und mehr Gestalt in uns annimmt. Schauen wir uns diese Identifikation an. Er will sich uns geben, aber wir müssen ihn auch annehmen und akzeptieren. Ich könnte jetzt aufhören. Wir haben schon fast eine Stunde hinter uns, aber ich möchte weitermachen. Ich hoffe, Sie verzeihen mir das, aber ich möchte schon noch die weitere Botschaft mit Ihnen heute behandeln. Das wird schon noch einige Zeit ein bisschen dauern, aber ich denke, es ist wichtig, auch insoweit hier diesen Zusammenhang zu sehen, denn die weitere Botschaft ist die Botschaft an Sardes, die in Offenbarung 3 und die Verse 1 bis 6 beschrieben wird. Und ich möchte zunächst einmal wiederum aus unserer Broschüre vorlesen, aus dem Buch der Offenbarung. Da sagen wir Folgendes. Die Stadt von Sardes war einst unter dem legendären König Chrysos, unfassbar reich. Zu römischen Zeiten erfreute sie sich immer noch Berühmtheit. Anscheinend konvertierten viele in Sardes zum Christentum, aber nur wenige blieben treu. Die meisten würden einschlafen. Christus sagt in Offenbarung 3 in Vers 4, dass Sardes noch immer einige hat, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Strauss, der schreibt auf Seite 74, Der traurige Kontrast zwischen den vielen und den wenigen markiert die zweifache Unterteilung der menschlichen Rasse. Alle Menschen reisen auf der einen oder auf der anderen dieser zwei Seiten. Oder wie wir in einer der letzten Predigten gehört haben, wer nicht auf dem Weg ist, der ist im Weg. Er fährt fort. Diejenigen, die mit der Masse reisen, keine eigene Meinung haben, finden vielleicht eine Art von Sicherheit in dem, was die Masse tut. Aber es ist eine falsche Sicherheit. Die Tatsache, dass so viele Personen dasselbe tun, bedeutet noch lange nicht, dass es richtig ist. Und dann fahren wir fort, Folgendes zu sagen. Die fünfte Epoche von Sardes begann um 1585 in England. Die Sabbathaltung wurde während der Herrschaft von Königin Elisabeth I. wieder eingeführt. Die regierte so von 1558 bis 1603. Ein berühmter Führer war Stephen Mumford, der die Kirche Gottes im Jahre 1664 in den Vereinigten Staaten in Newport, Rhode Island gründete. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden wahre Christen Teil einer adventistischen Bewegung, aber sie trennten sich 1860 wieder und begannen eine Vielzahl von Magazinen und Broschüren herauszugeben, einschließlich The Remnant of Israel, also die übrig gebliebenen von Israel, The Service Advocate, die Verteidiger des Sabbats und The Bible Advocate, Verteidiger der Bibel. Prediger wurden von Missouri, Oklahoma und Oregon nach Mexiko, Chile, Argentinien und den Philippinen ausgesandt und Gemeinden in diesen Ländern begannen, den Sabbat und die Heiligen Tage zu halten. Die Verbliebenen der Saar des Ära, die die Gebote Gottes halten, werden noch existieren, wenn Christus zurückkommt. Das werden wir gleich noch sehen. Zitat Ende aus unserer Broschüre. Lassen Sie mich Folgendes ergänzen. Denn auch hier ist zu sagen, dass sie nicht in der Organisation existieren, die einmal zur Zeit der Saar des Ära im 19. oder 20. Jahrhundert bekannt war. Das war damals die Organisation mit dem Namen Church of God Savants Day. Wir gehen nicht davon aus, dass jetzt heute diese Überbleibsel in dieser Organisation zu finden sind. Wir hatten auch gesagt, dass es zu einem Zeitpunkt einmal eine Verbindung gab mit einer adventistischen Bewegung, dass es dann aber zu einer Trennung kam. Das hatte vielefach auch damit zu tun, dass eine Prophetin von sich vorgab, erleuchtet zu sein und dann Lehren verkündete, die absolut nicht mit dem im Einklang standen und stehen, was in der Bibel geschrieben steht. Wir finden heute Überbleibsel der Saar des Ära in einer Organisation, die den Namen hat, dass sie lebt, aber doch geistlich tot ist. Aber wir müssen Folgendes begreifen. Der Geist spricht zu allen Gemeinden und auch zu allen Christen, zu allen Zeiten. Also dieser Geist, von dem hier die Rede ist, dieser Geist von Sardes, sagen wir einmal, der kann sich überall ausbreiten. Aber lesen wir einmal jetzt Offenbarung 3, angefangen in Vers 1. Dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagte, die sieben Geister Gottes hat, die sieben Sterne, ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und du bist tot. Aber wie ist das zu verstehen? Wie kann man den Namen haben, dass man lebt und gleichwohl tot ist? Inwieweit tot? Nun, lassen wir die Bibel selbst die Antwort geben. Epheser Kapitel 2 und in Vers 1. Epheser Kapitel 2 und Vers 1. Was sagt uns Paulus? Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid nach der Art oder dem Zeitalter dieser Welt oder dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Schauen Sie, jedes Mal, wenn wir uns gegen Gott wenden, wenn wir etwas tun, was nicht dem Sinne Gottes entspricht und das nicht bereuen, dann sind wir wieder geistig tot. Es wird Zeit, dass wir dies bereuen. Deswegen sagt Christus ja auch bereut, dass ihr geistig tot seid. In Hebräer Kapitel 6 und Vers 1. Hebräer Kapitel 6 und Vers 1. Da lesen wir, darum wollen wir jetzt lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist und uns zum Vollkommenen wenden. Wir wollen nicht abermals den Grund legen mit der Umkehr von den toten Werken und dem Glauben an Gott und so weiter, den toten Werken. Was sagte Christus? Ich kenne deine Werke. Aber es müssen nicht unbedingt lebendige Werke sein, es können tote Werke sein. Das muss man sich selbst überlegen, man muss sich selbst prüfen. 1. Timotheus, Kapitel 5 und Vers 6 sagt uns einen scheinbaren Paradox, aber es ist kein Paradox, aber es hört sich interessant an. Was sagt Paulus hier über jemanden? 1. Timotheus 5 und Vers 6 Einer aber, die ausschweifend lebt, die ist lebendig, tot. Die ist lebendig, tot. Hat vielleicht den Namen, dass sie lebendig ist und ist tot. In Gottes Augen. Und so lesen wir in Römer Kapitel 6 und Vers 13. Römer Kapitel 6 und Vers 13. Auch gebt nicht die Sünde eure Glieder hin oder der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, soll nicht herrschen über uns. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz und erwarten nicht mehr unter der Strafe des Gesetzes, weil wir die Sünde begehen, weil wir das Gesetz übertreten haben. Darum geht es. Wir sollen nicht lebendig tot sein. Wir sollen uns abkehren von Sünde. Wir sollen der Wahrheit gemäß leben. Aber hier wird etwas deutlich gesagt in Vers 2 in Offenbarung 3. Werde wach und stärker das andere, das schon sterben wollte, denn ich habe deine Werke, die ich kenne, ich kenne deine Werke, nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. Okay, Werke wurden vollbracht. Vielleicht wurden große Werke vollbracht, viele Werke vollbracht, aber was sagt Gott? Christus, wenn er zurückkommt. Ich habe euch nie gekannt. Nicht so richtig, nicht wahr? Er wusste nie, wie würden die sich in einer gewissen Situation entscheiden? Was würden sie tun, wenn sie konfrontiert wären mit Problemen? Und sie haben sich dann vielfach der Gesetzlosigkeit unterworfen. Und das ist das hier, was hier beschrieben wird. In Vers 3. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und halte es fest. Wiederum, halte es fest und tue Buße oder bereue, kehre um. Die Lutherbibel 2009, kehre um, die Mengebibel, gehe in dich. Wenn nicht und wenn du nicht wachen wirst, wiederum, wachen ist wichtig, dann werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber hier wiederum, es ist deutlich, dass es Überbleibsel geben wird und es geht hier um Wachen, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, es geht hier um das Kommen Christi wie ein Dieb. Es geht hier darum, halte fest. Es geht hier um die unerwartete Wiederkunft Christi. Einige, die lehnen das ab und sagen, nee, darum geht es nicht, aber es geht eindeutig darum, wenn wir uns andere Stellen anschauen. 1. Thessaloniker Kapitel 5 1. Thessaloniker Kapitel 5 die Verse 1 bis 4 Da sagt Paulus Und von den Zeiten aber und den Stunden Brüder und Schwestern ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herren kommt wie ein Dieb in der Nacht. Unerwartet. Wenn sie sagen, es geht hier um die Menschen dieser Welt, Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben, wie die Wehen einer schwangere Frau und sie werden nicht entrinnen. Ihr aber, jetzt predet ihr die Kirche an, ihr aber seid nicht in der Fensternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes, Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Fensternis. Schauen Sie, wir sollen gewappnet sein, wir sollen wachsam sein, uns soll der Tag nicht wie ein Dieb überfallen. Wir sollen bereit sein. In Matthäus 24 wird das wieder zum Ausdruck gebracht. Aber hier die Veranung an die Gemeinde zu Sardis ist eben die, die sind nicht bereit, weil die haben nicht richtig gewacht. Dieser Geist des Schlafes wird hier beschrieben. Des lebendig Todseins wird hier beschrieben. Matthäus 24 und in Vers 42 Darum wachet, sagt uns Christus. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das solltet ihr aber wissen. Wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit. Wir müssen würdig werden, alle dem zu entfliehen, was kommen wird, um vor den Menschensohn gestellt zu werden. Deshalb seid auch ihr bereit und jetzt kommt etwas sehr Interessantes. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Nun, von dem Feigenbaum soll man das Gleichnis lernen. Mit anderen Worten, wenn er blüht, wenn er der Reife nahe ist, dann weiß man, dass der Tag heranbrechen wird. Aber wir wissen nicht den genauen Zeitpunkt. Der Tag kann beschleunigt werden, er kann sogar verzögert werden, wie wir wissen oder wissen sollten. Wir sollen zu allen Zeiten bereit sein, wir sollen wachen, denn sonst wird uns der Dieb überfallen. Der Tag des Herrn wird kommen, wie ein Dieb in der Nacht, wir werden nicht bereit sein. Und das ist hier die Warnung. Und das ist die Warnung, die Christus hier der Kirche zu Sardes gibt, in Offenbarung 16 und Vers 15 sagt er es noch einmal. Und das ist ganz klar, der totale Endzeit-Zeitpunkt. Offenbarung 16 und Vers 15. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. Und es geht hier um den zeitlichen Sammenhang von Hamageddon, was noch in der Zukunft liegt, aber nicht in der allzu fernen Zukunft. Also es geht hier um die Wiederkunft Christi und Christus sagt, wenn ihr nicht wacht, wenn ihr nicht Buße tut oder besser bereut, euch ändert, dann wird der Tag kommen über euch wie ein Dieb in der Nacht. Vielleicht auch deshalb, weil man sich falschen Prophezeiungen hingegeben hat, weil man irgendwie sich da vielleicht selbst irgendwas zusammengereimt hat und sagt, okay, das muss ja alles noch geschehen, bevor Christus zurückkommen kann. Es ist ja noch nicht geschehen, von daher kann Christus nicht zurückkommen. Aber wenn diese Ideen der Prophezeiungen falsch sind, dann kommt der Dieb, Christus wie ein Dieb, in der Nacht. Und man ist unvorbereitet. In Offenbarung 3 und Vers 4. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben, die werden mit mir einhergehen, in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Oder wie die Menge wie besagt, sie sind dessen würdig. Betet und wachet, dass ihr stark werdet oder würdig werdet, wie es auch übersetzt werden kann, vor den Menschensohn gestellt zu werden, allem diesen zu entfliehen, was kommen wird. Einige werden würdig sein. Aber es geht hier auch um weiße Kleider. Sie können das nachher in Offenbarung 19 und Vers 8 nachlesen. Es geht um Gerechtigkeit oder auch um gerechtes Handeln, denn Gerechtigkeit manifestiert sich durch gerechtes Handeln, gerechtes Tun, wie die neue Lothar-Bibel 2009 es bringt. Oder sind es hier die, ich darf besser mal selbst nachgucken, nicht, dass ich Ihnen etwas jetzt falsch sage. Offenbarung 19 und Vers 8, okay, die Revitator-Bibel 2017 bringt es so, die Seide aber, diese weiße Seide, ist das gerechte Tun der Heiligen. Das gerechte Tun. Und die neue Lothar-Bibel 2009, die schreibt Gerechtigkeit. Kehren wir zurück zur Offenbarung 3 und in Vers 5. Wer überwindet, wer also siegreich ist, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. den Kleidern der Gerechtigkeit. Dann wird Gott an uns vollenden, was noch möglicherweise an Sünde in uns ist. Dann wird das alles vergeben. Wenn wir ein Gottwesen sind, werden wir total rein sein von aller Sünde. Werden dann nicht mehr in der Lage sein, zu sündigen. Als Gott kann man nicht mehr sündigen. Warum? Weil man nicht mehr sündigen will. Und unser Wille wird vollkommen sein. Aber wir müssen heute bereits schon den Willen haben, nicht zu sündigen und das irgendwie nicht leichtfertig und zu leichtfertig zu nehmen. Also wir werden mit weißen Kleidern angetan werden. Und jetzt heißt es wie folgt. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Das ist jetzt wichtig. Und das möchte ich ein paar Minuten jetzt benutzen, um das näher zu erklären. Er wird unseren Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Was ist mit diesem Buch des Lebens gemeint? Wenn ihr Name im Buch des Lebens eingetragen ist, und es ist ein wirklich buchstäbliches Buch, aber es ist ein geistiges Buch natürlich, das Gott im Himmel hat. Solange wie ihr Name im Buch des Lebens steht, werden sie zu einem unsterblichen Gottwesen verwandelt werden, wenn Christus zurückkommt. Aber ihr Name kann aus dem Buch des Lebens getilgt werden. Schauen wir uns einige Stellen an, die von dem Buch des Lebens handeln. Zunächst einmal Psalm 69. Psalm 69 und lesen wir in Vers 29. Es geht mir um das Tilgen. Da heißt es, tilge sie, es geht um die ungerechten Menschen, tilge sie aus dem Buch des Lebens, dass sie nicht geschrieben stehen bei den Gerechten. Also die Gerechten, die werden im Buch des Lebens stehen, aber diese Ungerechten nicht. Man kann also aus dem Buch des Lebens entfernt werden. Und in 2. Mose 32, da wird das näher erläutert, da hatten die Israeliten stark gesündigt. Und Gott hatte gesagt, okay, lass mich, dass ich sie vertilge aus Merze und ich werde aus dir ein großes Volk machen. Und hier lesen wir in 2. Mose 32 und in Vers 30, am nächsten Morgen sprach Mose zum Volk, ihr habt eine große Sünde getan, nun will ich hinaufsteigen zu dem Herrn, ob ich vielleicht Sühne erwirken kann für eure Sünde. Und als nun Mose wieder zu dem Herrn kam, da sprach er, ach, das Volk hat eine große Sünde getan und sie haben sich Götter von Gold gemacht, vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast, zum Buch des Lebens. Was ist Gottes Antwort? Der Herr aber sprach zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir gesündigt hat. Aber es geht nicht nur um eine streckenweise Sünde, es geht nicht nur darum, dass man jetzt aus Nachlässigkeit sündigt oder dass man sündigt, aber dann bereut. Es geht um Menschen, die die total unvergebbare Sünde begehen, mit anderen Worten, die Sünde, die sie nicht bereuen wollen und dann auch nicht mehr bereuen können. Sie haben sich total abgewandt von Gott. Dann kann und wird, wenn er zu dieser unvergebbaren Sünde gekommen ist, Gott diese Namen aus dem Buch des Lebens tilgen und dann werden sie nicht das ewige Leben erlangen. Schauen wir uns Offenbarung 20 an und Vers 15. Offenbarung 20 und Vers 15. Da lesen wir, und wenn jemand nicht gefunden wurde geschrieben, in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Dieser feurige Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt und der die Menschen, die dort hineingeworfen werden, im Zeitpunkt der dritten Auferstehung, vernichtet werden, ausmerzen werden. In Offenbarung 21 und Vers 27. Und nichts Unreines wird hineinkommen, es geht um das neue himmlische Jerusalem, das auf die neue Erde herabkommen wird, nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern nur die geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes. Das ist das Buch des Lebens, das Buch, das dem Lamm Jesus Christus gehört und das wird auch in Offenbarung 17 und Vers 8 erklärt. Offenbarung 17 und Vers 8 Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen, ist jetzt nicht, wird wieder aufsteigen aus dem Abgrund und in die Verdammnis fahren. Das wird noch geschehen, in und es werden sich wundern, die auf Erden wohnen, deren Name nicht geschrieben steht in dem Buch des Lebens vom Anfang der Welt an, wenn sie das Tier sehen, dass es gewesen ist und jetzt nicht mehr ist und wieder sein wird. Wenn sie ihren Namen im Buch des Lebens stehen haben, dann werden sie nicht verführt werden durch dieses Tier, das noch kommen wird, das bald kommen wird, das dabei ist, vielleicht jetzt schon sich zu manifestieren. Diejenigen, die aber nicht berufen sind in dieser Jetzt Zeit, deren Name noch nicht im Buch des Lebens steht, die werden sich verführen lassen von diesem Tier, werden ihm nachfolgen, werden ihn vielleicht sogar verherrlichen, anbeten. Offenbarung, Kapitel 13 und Vers 8 und nebenbei gesagt, wir haben eine Broschüre veröffentlicht, die 10 Wiederauferstehungen des ehemaligen römischen Reiches und da wird auch von diesem Tier gesprochen, diese letzte Auferstehung, die noch kommen wird und Charakteristika werden angeführt dieses Tieres, auf was man achten kann, um zu sehen, wer qualifizieren wird, dieses Tier zu sein. Offenbarung 13 und Vers 8 da lesen wir und alle die auf Erden wohnen, die werden ihn anbeten, dieses Tier, diesen letzten charismatischen politischen militärischen Führer, der sich in Europa erheben wird. Eine Wiederholung wird in gewisser Weise stattfinden zu dem Dritten Reich, aber noch in viel weitaus schrecklicherem Maße. Und alle, die auf Erden wohnen, die werden ihn anbeten, alle, deren Namen nicht von anderen der Welt angeschrieben stehen, in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Ich könnte hier viel auch sagen zu dem Konzept der Vorherbestimmung, aber mir geht es darum, heute Ihnen zu zeigen, Ihr Name muss im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen, wenn Sie ewiges Leben erlangen wollen. Solange wie Sie dort geschrieben stehen, solange werden Sie das ewige Leben erlangen. Philippa, Kapitel 4 und Vers 3, da sagt Paulus, ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, stehe Ihnen bei, sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Wussten Sie das, dass es so etwas gibt, wie ein Buch des Lebens und dass Ihr Name im Buch des Lebens stehen muss, wenn Sie das ewige Leben erlangen wollen, wenn Jesus Christus zurückkommt. Sehr wichtig, das zu begreifen. Und wenn wir noch einmal kurz zurückgehen zur Offenbarung, Kapitel 3 und noch einmal in Vers 5, wo wir noch einmal lesen, wer überwendet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Schauen Sie auch hier wiederum der Kontrast. Wir hatten gerade gelesen in Vers 2 werde wach starke das andere, das schon sterben wollte, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott, sagt er hier in Vers 2. Und hier sagt er zum Abschluss in Vers 6 oder Vers 5, ich werde Engeln und er sagt in Vers 6 und wer Ohren hat der höre was der Geist den Gemeinden sagt plural Christus wird unsere Namen bekennen vor Gott. Sie finden das in Matthäus Kapitel 10 Wenn wir uns dessen würdig erweisen wenn wir alles das beherzigen was wir bereits schon gelesen haben jetzt in diesen Sendschreiben an die Gemeinden und an das was wir noch beherzigen oder vielmehr diskutieren werden in der nächsten Predigt und das auch beherzigen so oder so das wichtige richtige akzeptieren das schlechte und unwichtige ablehnen aber in Matthäus Kapitel 10 und in Vers 32 Wer mich nun bekennt vor den Menschen nicht auf Grund von Feigheit und Kompromiss Bereitschaft sich ablehnt und abwendet von Christus und Gott dem Vater Wer nun mich bekennt vor den Menschen zudem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel aber wir hatten ja auch gelesen er wird sich bekennen nicht nur vor dem Vater sondern auch vor den Engel und wir finden das ebenfalls in Lukas Kapitel 12 und Vers 8 bestätigt Lukas Kapitel 12 und Vers 8 Ich sage euch wer mich bekennt vor den Menschen zudem wird sich auch der Menschensohn bekennen vor den Engeln Gottes und sagt auch in Vers 9 und wer mich aber verleugnet vor den Menschen der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes also Christus wird uns bekennen unseren Namen bekennen vor dem Vater und vor den Engeln im Himmel denn die Engel im Himmel haben eine Funktion die wollen teilhaben an unserer Errettung die haben schon etwas damit zu tun sie sind ausgesandt für den Dienst an die Frage ist sind wir willens alles das zu tun was wir heute gehört haben nicht einzuschlafen wach zu bleiben zu stärken was dabei ist einzuschlafen und abzusterben nicht lebendig tot sein sondern lebendig sein nicht sich mit falschen Ideen abgeben mit falschen Praktiken befassen sondern das tun was Gott von uns erwartet von uns verlangt damit wir ein verherrliches Gottwesen werden können wenn Christus zurückkommt damit wir würdig sein werden all dem was kommen wird diesen schrecklichen Dingen von denen wir heute bereits schon den Anfang sehen all dem zu entfliehen und gestellt zu werden vor den Menschensohn wenn er kommt und er wird bald kommen vielleicht viel eher als die meisten sich das vorstellen ich bedanke mich für Aufmerksamkeit für eine Predigt der Kirche des Ewigen Gottes Jesus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.